Jo Freunde, ich zeige euch mal eben, wie ihr ruckzuck hier wirklich über 200.000 XP bekommen könnt, also mehr als zwei Level wirklich sehr, sehr schnell leveln könnt in Fortnite Season 2. Ich mache das Ganze hier einfach, indem ich in einem Panzer drin bin und ihr könnt es in jedem Panzer machen, einfach den ihr findet. Ich mache das gerade einfach hier bei Rocky Wheels und zwar hier unten links, dort steht meist der Panzer, ab und zu haben die I.O. Guards den auch, aber in der Regel steht er hier. Ihr könnt es auch bei jedem anderen Ort machen mit Panzern, meistens eigentlich hier, wo die ganzen Zeppel, die am Himmel sind, also die Luftfahrtdinger hier, wo die am Himmel sind, da stehen auch Panzer rum, denn da sind auch die I.O. Guards. So, was machen wir jetzt? Wir schießen jetzt einfach mal auf die Gebäude drauf, entweder nur die ganze Zeit schießen oder auch wirklich durchfahren, kann ich natürlich auch machen. So, wenn der Panzer dann jetzt hier mal gerade bleibt, okay, aus dem Weg, so, jetzt geht es weiter hier. Also, wir fahren jetzt einfach mit dem Panzer mal hier kurz durch, denn der mäht eigentlich alles nieder, was hier einfach im Weg ist. Und ihr seht schon, 7000 EP Zerstöre Gebäude. So, und das Ganze kann ich jetzt weitermachen. Ich gehe jetzt einfach durch, mache zwischendurch mal ein bisschen Boost und gehe weiter durch und hier, dann drehe ich mich wieder einfach durch. Ich kann auch gleich super looten hier einfach, weil alles schon auf dem Boden liegt. So, hier ist übrigens ein Gegner, den will ich gerade nicht haben, deswegen fahre ich mal weiter nach links hier, da werden auch noch Gebäude, was ich nicht treffe. So, beim Durchfahren schieße ich einfach weg, wieder 7000 EP, jetzt kann ich hier einfach durchfahren, ein bisschen Boost, 15.000 EP und so geht das weiter und so geht das weiter. Jetzt ist der Panzer ein bisschen hier umgekippt, jetzt stecke ich fest. Äh, hallo? Einmal wieder umkippen. Hallo? So, jetzt muss ich, glaube ich, mal die Trap hier wegmachen, weil der Kollege Panzer einfach hier umgekippt ist. So, und, oh, jetzt werde ich angeschossen, jetzt werde ich, jetzt ist zu spät. Einmal einsteigen, bitte. Und einmal wegkatapultieren, wieder 7000 EP und so geht das weiter und so weiter. Und jetzt ist einer sogar im Panzer drin, weil ich einfach hier festgesteckt habe. Aber ich kann jetzt die ganze Zeit rumschießen und weiter EP sammeln. So, worum geht es jetzt hier? Es geht um die ganzen Extraaufgaben. Ihr seht schon, wieder 7000 EP, also ruckzuck das Ganze. Und, ähm, wie funktioniert das jetzt? Ich gehe mal kurz hier aus dem Weg, dass der mich vielleicht nicht hier gleich direkt killt. So, einmal bitte sprinten. Wieder 15.000 EP, also das ist wirklich der Best, die beste Möglichkeit hier einfach zu farmen. So, einmal kurz ins Wasser, dann kann ich euch direkt zeigen, was ich meine. Jetzt habe ich sogar 300 V-Bucks hier noch bekommen. Also wirklich eine der besten Möglichkeiten hier einfach XP zu farmen. Und, äh, wir schließen einfach die ganzen Aufträge ab. Das ist nämlich die Meilenstein-Aufträge, tägliche auch, aber hauptsächlich Meilenstein-Aufträge. Da vorne ist auch noch ein Dude. So, verfolgt er mich jetzt? Da hinten ist er. So, jetzt schießt er mich ab, jetzt gehe ich in den Busch. Dann sieht er mich nicht mehr. Perfekt. Wir haben Aufträge, und zwar hier die Meilenstein-Aufträge. Zerstöre Gebäude. Jede Phase 7k, äh, XP. Ich bin schon Phase 14 von 20 einfach. Insgesamt für die Phase allein 140.000 XP. Das sind schon quasi zwei Level. Dann macht ihr automatisch noch oben die Bonusziele fertig. Zweimal sind jeweils 15k, habt ihr gerade gesehen. Sind nochmal 30.000 dazu. Und zudem könnt ihr natürlich hier die anderen Sachen, zum Beispiel hier, ähm, I.O. Guards sind auch hier. Genau, Füge I.O.-Truppenschaden zu. Die gibt es auch bei diesen Orten. Könnt ihr einfach anschießen. Kriegt ihr auch ruckzuck. Habe ich auch schon eine Phase voll hier. Dann natürlich eliminiere Gegner. Ist auch einfacher mit dem, ähm, Panzer. Aber ihr habt gesehen, die XP, die kommen nur so rein, wenn ich mit dem Panzer da durchfahre. Deswegen macht das einfach so. Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall der erste Trick hier an dieser Stelle in der neuen Season von mir. Und hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt aus dem Staub. Denn hier sind zwei Leute, die mich killen wollen. Von daher, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.